So, da bin ich wieder und heute zeige ich euch, wie ihr das Apartment-Stil zu jeder Zeit und auch kostenlos ändern könnt. Ich habe den Glitch bei meinem Freund Lürcher Nummer 1 gesehen. Auf jeden Fall vorbeischauen, Jungs, auf jeden Fall. Er wird sich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Auf jeden Fall, was ihr dazu machen müsst, ihr könnt jetzt erstmal davor abchecken, wie ihr das oder in welches ihr ändern wollt. Da könnt ihr mal kurz davor reinschauen. Ich habe mich jetzt mal für das Majestätische entschieden, weil es fällt einfach optisch ganz krass auf. Also ich bin jetzt zwar kein Freund von Lila, aber einfach um den Glitch zu zeigen, damit ihr seht, dass es geklappt hat, nehme ich jetzt einfach mal dieses hier so als Vorzeigeobjekt. Also, dann zeige ich euch gerade mal, was ihr dazu machen müsst. Ihr müsst über euer Handy schnell einen Job einrennen fahren. Dem müsst ihr beitreten und dann ganz schnell über das Interaktionsmenü das gewünschte Apartment-Stil auswählen, so dass ihr es so als Anzeige habt. Und dann müsst ihr einfach nur noch warten, weil jetzt sucht GTA nach einem passenden Rennen oder nach einem passenden Spieler für ein Rennen. Und es kann manchmal ein bisschen länger dauern, also nicht verzweifeln, sondern einfach mal kurz warten. So, jetzt seid ihr am Rennen angekommen und dann müsst ihr einfach nur alles mit X bestätigen. Also wir wollen das Rennen ja nicht zu Ende fahren, sondern wir wollen einfach nur den Glitch machen. Und deswegen einfach X drücken und einfach warten, bis die ganzen Gegner dann auch mal bereit sind, diesen Glitch mit euch durchzuführen. Live dabei und die wissen es noch gar nicht. Ja, und während die Gegner noch auf sich warten lassen, könnte man noch gerade noch die Zeit nutzen, um beim Löcher Nummer 1 vorbeizuschauen. Der würde sich riesig freuen. Ja, sonst... Ah, es geht schon los. Wunderbar. Jetzt müsst ihr einfach nur kurz warten, bis es losgeht. Ja, und dann einfach über euer Handy den Job wieder verlassen. Und dann seht ihr ja schon, dass ihr jetzt hier in der Stadt gespawnt seid, da, wo das Rennen gerade eben war. Ja, und dann müsst ihr einfach nur zurück in euer Apartment. Ich spare euch mal den Weg, weil bei meinen Fahrkünsten kann sich das noch um Stunden handeln. Also, dann sehen wir uns gleich im Apartment wieder. So, und im Apartment angekommen, seht ihr schon, dass ich hier, ja, das andere, das majestätische Design oder das majestätische Apartment-Stil nun habe. Und es hat mich einfach 0 Cent gekostet. Also, wenn ihr einfach mal so einen Tapetenwechsel braucht, macht diesen Glitch, solange es noch geht. Schaut beim Glitch Nummer 1 vorbei, lasst eine positive Bewertung da, falls es euch bis zum Schluss auch gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, macht's gut!